Hallo, ich bin der Gamebob und herzlich willkommen zu Let's Plays Game with Teil 323. Wir sind immer noch hier auf dem Weg nach, ich glaube Weißlauf. Ich war doch Weißlauf oder? Zieh war Weißlauf. Ja, Zieh ist Weißlauf. Kleiner Hinweis, dieser Teil wird etwas kürzer und der nächste auch. Denn ich nehme das jetzt relativ zeitnah vor der Gamescom auf und den nächsten Teil werde ich auch vor der Gamescom aufnehmen. Ja, weil es sich zeitlich gerade sehr gut anbietet. Ach, ich wollte gerade Shift drücken, weil ich habe gerade einen Witcher 3 gespielt und hm, ja. Ich rede hier ein bisschen leiser, weil, naja, die Uhrzeit ist gerade nicht hier die früheste. So. Ich will immer Shift drücken. Wie geht's dich? So. Ich bin ein bisschen zu viel die sprayen, die Uhrzeit gewertest. Nein, euer Zeitpöcher. Ach, ich bin ein bisschen zu viel. quarterback und verkaufen. Was ich auf derłączigen? Oh. Ich bin ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen zu viel. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich weiß immer noch nicht, was das mit der Performance von dem Spiel ist. Ich bin ja mal gespannt, ob die Special Edition, wenn sie rauskommt, tatsächlich so viel besser läuft. Was ist die Bärenfalle? Wie assig ist das denn? Das war's. 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 Synchronriesenwalking. 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 ich kann es nicht lesen irgendwas mit treuen oder nicht bösen ja anbietern etc interessant damit fährt sich wieder aus dem staub macht und nicht mitzunehmen so Ja? Bist du Professor Marasi? Ja, natürlich. Wer will's wissen? Oh, ja. Der alte Bücherwurm, was hat er denn? Hat er immer noch das vor und so oder braucht er immer noch jemanden, der Relikte jagt? Das ist die Antwort natürlich genau genommen nicht. Ich bin der Reliktjäger, aber wir haben einen anderen Vorschlag für dich. Sprich weiter, ich höre zu. Und ich erkläre ihm das ganze Zeug. Das klingt alles schön und gut, aber was denkt Auriel, was mich da anspricht, warum ich mitmachen sollte? Du willst nicht? Äh. Hm, aber du... Ja. Du bist nie interessiert. Ich bin nicht wirklich überrascht. Du bist nicht genau das, was ich erwartet habe. Oh, come on now. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht interessiert habe. Ich habe nur ein bisschen Spaß mit dir. Und was ist mit meiner Appearance? Ich bin ein Archeologiker, nachher. 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 Ich bin ein sehr interessanter, aber ich bin sehr interessanter. Ich habe mich nicht mit diesen Problemen, also warum ich mich nicht anbieten? Aber ja, ich bin sehr interessanter. Es wäre schön, mit Orion zu arbeiten. Es hat 30 Jahre lang. Herr mei, Zeit fliegt, wenn du ein Merk. Danke, dass du mich gekommen bist. Ich freue mich auf dich mit dem Zukunft. Ich gehe zum Museum und schaffe Orion ein Besuch. Kurz gesagt, er hat uns nur ein bisschen verarscht, er ist natürlich sehr interessiert und ja, dass er so aussieht gut, er ist ein Feldarchäologe, das heißt er puddelt im Dreck und das ist natürlich der Grund, warum er so aussieht. Er hat auch seit ungefähr 30 Jahren nicht zusammengearbeitet, deswegen ist er sehr gespannt und möchte auch gerne mit uns zusammenarbeiten. Kurze Fassung. Kurze Fassung Kurze Fassung Hey, das ist ja fast wie draußen. Kurze Fassung 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Aber was sonst? Was diesen Raum erwartet, das erwartet beim nächsten Mal. Ich hoffe es hat gefallen und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann.